Um einen Dreiklang umzukehren, verschiebt man einfach die Töne. Zuerst erstellt man den Dreiklang in seiner Grundstellung. Für die erste Umkehrung verschiebt man den untersten Ton nach oben. Die anderen beiden schreibt man ab mit Vorzeichen. Dann entsteht die erste Umkehrung. Für die zweite Umkehrung nimmt man einfach dann den nächsten unteren Ton und nimmt den nach oben mit seinem Vorzeichen. Die anderen beiden Töne schreibt man ab und erhält die zweite Umkehrung. Die zweite Umkehrung erhält man außerdem auch, wenn man unten bei der Grundstellung den oberen Ton nach unten oktaviert.